Jetzt wird es spannend. Wir lernen die Sensoren von unserem Smartphone einzusetzen. Das eröffnet uns viele neue Möglichkeiten. Dadurch können wir unser Programm interaktiv machen und in weiterer Folge tolle Spiele programmieren. In diesem Video kannst du wieder direkt mitmachen. Erstelle ein neues Programm und ein neues Objekt. Mein Objekt ist ein Pinguin aus der Medienbibliothek. Wir wollen dieses Objekt nun mit der Neigung unseres Smartphones bewegen. Neigen wir also unser Smartphone nach rechts, dann soll sich auch unser Pinguin nach rechts bewegen. Dazu brauchen wir zuerst den Wenn Programm gestartet Baustein. Dann gehen wir unter Bewegung und wählen den Ändere x um 10 Baustein aus. Den Wert bei diesem Baustein können wir wieder verändern, indem wir auf die Zahl tippen. Im Formel Editor gibt es neben den Zahlen viele andere Optionen wie Funktionen, Logik oder auch Sensoren. Tippe auf Sensoren, um zu sehen, welche Sensoren wir von unserem Smartphone einsetzen können. Wir nehmen hier den Neigungssensor in x-Richtung. Tippe auf OK, um die Änderungen zu speichern. Schauen wir unser Programm einmal an. Hm, es scheint noch nicht zu funktionieren. Obwohl ich mein Smartphone bewege, bewegt sich das Objekt noch nicht. Das lässt sich dadurch erklären, dass der x-Wert von unserem Objekt nur einmal um den Neigungswert des Sensors verändert wird. Wir wollen aber, dass der x-Wert ständig geändert wird, so wie unser Smartphone gerade bewegt wird. Wir brauchen somit den Baustein Wiederhole fortlaufend. Diesen platzieren wir über unseren Ändere x-Baustein. Probieren wir wieder, das Programm durchzuführen. Siehe da, es funktioniert. Wenn wir unser Smartphone neigen, bewegt sich auch der Pinguin. Wenn du genau hinschaust, siehst du allerdings noch, dass der Pinguin sich in die falsche Richtung bewegt. Neigen wir das Smartphone nach links, bewegt er sich nach rechts. Um dies zu ändern, musst du nochmal zum Formeleditor gehen. Setze ein Minus vor Neigung x, um alle Werte umzudrehen. Wenn wir jetzt nochmal unser Programm anschauen, bewegt sich der Pinguin in die richtige Richtung. Was müssen wir nun machen, dass sich der Pinguin auch nach oben und nach unten bewegt? Genau, wir machen das gleiche nochmal, nur diesmal mit dem y-Wert und dem y-Sensor. Nun bewegt sich der Pinguin auch nach oben oder unten. Wenn wir unser Smartphone allerdings zu stark bewegen, bewegt sich der Pinguin aus dem Bildschirm heraus. Auch das können wir noch ändern, indem wir den Pralle vom Rand ab Baustein hinzufügen. Auch diesen musst du innerhalb der Schleife platzieren, da das Objekt ja immer vom Rand abprallen soll. Super, wir können nun auch Sensoren einsetzen.